Hi na? Heute sind Fufu, Doofix und ich als flotte Rentner unterwegs und wir machen, wie immer, nur Blödsinn. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr als Rentner so anstellen würdet. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefällt. Vergesst nicht zu liken. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Vielleicht müssen wir hier rein. Hänge ich an dir. Das ist falsch. Ja. Au! Du hast mir meine Arme ausgerissen. Ja? Und? Ich glaube, ich habe eine kleine Wunde. Hört doch mal auf hier. Okay. Oh nein, meine Wirbelssolle ist gebrochen. Oh, mein Auge. Guck mal, mein Auge. Au. Bin ich die ganze Zeit auf Knien? Ich glaube, ich habe meine Beine gebrochen. Ähm, Leute? Ja? Und cool? Wo habt ihr meinen Körper hingetan? So? Ich kann mich noch bewegen. Das ist mein Kopf. Ja, ich habe recht. Du kommst jetzt mit. Nein, 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 nicht. Eine Kirchkang mit dir. Wobei, dann bleibe ich wenigstens frisch. Was habe ich deinen Kopf in meiner Hand? Au! Hast du eine Böbelsäule in der Hand, du Fix? Ich weiß es nicht. Oder ist das ein Darm? Ii, ii. Doch, locker. Chest's Wohnung ist doch so unordentlich, ey. Was? Nicht bevor ihr gekommen seid. Au, au, au. Ich habe ein Feuerzeug geworfen. Au! Da respawne ich gerade wieder und brenne einfach. Ui. Aua. Hier, ich glaube, du hast deinen Kopf verloren. Oh, warte mal. Wirf mir den mal zu, Fufu, den Kopf. Au. Ohaha. Ähm, wie steht man hier? Hä? Warum? Ich stand doch nur. Ja, Karma. Au, au. Hm, nein. Ich habe schon wieder meine Arme. Was ist denn hier für eine Teufelsfalle? Hä? Ich explodiere einfach. Du hast alles verloren. Guck, das machst du. So redest du. Oh Gott, der Default-Pandreise. Ah, ah. Ich glaube, das sind Piranhas, oder? Au. Es ist einfach komplett rot. Es ist komplett rot. Ähm. Ufo, was machst du da? Sorry, ich habe ein Geschenk aufgemacht. Da war Feuerwerk drin. Kannst du es überhaupt noch richtig hören, du, Fex? Ja. Der, guck mal, ich tanze dazu. Oh, das war nicht der Tast. Oh, auf. Du kommst jetzt mit, Fräulein. Nein, 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 bitte nicht. Ich habe gar nichts getan. Ich war brav. Du fragst jetzt diese Leute, ob sie dir ein Bein geben. Ähm, entschuldigen Sie, kriege ich bitte ein Bein. Hallo, Sir? Hallo? Sir? Ich glaube, die sind tot. Überfahren. Hier sind Bananenschalen. Oh, aufpassen. Oh. Au. Ich wurde überfahren. Au. Ich wurde nochmal überfahren. Ich komme aus dem Mülleimer wieder, einfach. Oh, ich bin Elektrozaun. Oh, naja. Egal, ich hatte Spaß. Glaube ich dir. Kennt ihr diese Szene? Boah! Ich bin auf dem... Wo bist du? Ganz oben. Fall hier durch die Bananen. Was machst du da? Fahren. Der kommt davon, wenn Rentner versuchen Roller zu fahren. Ich mache jetzt hier eine Sightseeing-Tour. Oha. Es hat gerade einen Gulli-Tackel ausgelöst. Au. Hubst du da? Wer hubt denn da? Ist das, weil ich hier davor bin? Oh, ist das laut. Verschwende. Okay, ich gehe schon. Ich gucke immer noch. Schau mal, ich habe mich in real gefunden. Oh. Wo dann? Hier. Au. Tja. Sexy, würde ich sagen. Danke. Kannst du eigentlich mit auf meinem Roller fahren, Susu? Ja, ich habe den Roller, aber ich halte mich halt nur fest. Der Roller rastet aus. Ich kann nichts machen. Was ist da los? Ich kann hupen. Ich bin an der Hupe dran. Ich kann nichts machen. Kommt. Ein Spielplatz. Ich will auch. Ähm. What? Ja. Ja. Warum glaube ich, dass ich gleich sterbe? Ah. Ah. Was ist das? Was machst du dir denn nicht mal ansatzweise? Ah. Ah. Hä? 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 Was tust du mit mir? Au. Warum stacke ich an allem fest? Du pfst. Da ist es nicht. Ah. Da ist ein Hai. Da ist... Ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach nur... Alter. Oh. Nein, 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 nein. Fumu nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Bleib lieb. Warte, du Fiks, komm mal her. Hände hoch. Niemals. Au. Damit kann man schießen. Ich stelle mich, ähm, zur Verfügung. Du schießt dich selber weg. Wow. Aua. Kann ich auch dein Bein wegschießen? Ich lebe noch. Hasta la vista. Nein, geht nicht. Au. Warum ist die in der Matratze? Au. Au. Hättest du doch fragen können, ich hätte sie dir gegeben. Muss ich mir nicht gleich einen Arm abbeier... Jaisen. Nein. Die Beine behalte ich. Oh, ich kann trommeln. Wer will die Waffe? Warte, ich will tanzen. Au. Was ist denn los mit ihm? Oh, das bekommt er zurück. Ah, ich brenne. Ah. Ja. Oh, du Ärmte. Löscht mich. Löscht mich. Löscht mich. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht so schreien. Kann man die Leute anzünden? Ja. Oh, ich will den Wicken. Ja. Oh, ich will den Wicken. Au. Oh Gott, oh Gott. Oh, komm, ey. Oh, ich bin im Himmel. Oh Gott. Das muss mir auch passen jetzt. Jetzt, Schatzi. Da fliegst du. Au. Oh nein, ich hab keinen, ich hab keinen, hä? Au. Wie ich glaub's mach. Ja, tolles Spiel. Und auch nicht. Komm mit. Komm mit. No. Stopp, stopp, stopp. Soll ich mich da unten durchrehen? Leg dich nicht mit dem Typen, der ist aggressiv. Au. Au. Autsch. Warum ich auch? Das hab ich gemacht. Ich will lange. Nein, mein Fahrrad. Warte, ich kann. Bist du bei mir? Ja. Irgendwie. Du stehst bei mir irgendwie nur, aber hältst mich fest. Hä? Ich kann die Glocken klingeln lassen. Ich komm hier einfach nicht mehr weg. Hallo? Ich... Hä? Selber schuld. Hä? Au. Aua. Ich bin tot noch. Du stehst bei mir immer noch da hinten. Ich weiß nicht. Ja, ich kann auch nix machen. Aua. Kann man damit nicht fahren? Hast du nicht mit dem Einkaufswagen funktioniert? Doch so. Genau. Klapp doch. Brrr. Tschüss. Es ist einfach, wenn Michael Jackson einen Einkaufswagen hat. Ich will da lang. Äh. Nö, jetzt kann ich nicht mehr springen. Hier ist ein Yodacoin. Au. Ich hab dich fiss gehalten. Es ist gerade. Hi. Aua. Hi. Hä? 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 Was hab ich... Was hab ich dir... Hab ich dir ein Bein ausgerissen? Ich weiß. Du kannst es nicht ab, wenn andere gehen können und normal ihr Leben leben. Aber, dass du direkt sowas machst. Ja, ne? Das ist ganz schön schwierig mit einem Bein. Das muss ich sagen. Ja. Ich wünschte mir, hätte jemand nicht ein Bein ausgerissen. Ich respaw mal schnell. Ich will jetzt nicht sagen, dass du zu fett bist für das Dach, Dufix, aber... Ich hab immer schon auf meine Figur geachtet. Dufix, du musst hier nur so draufhüpfen auf dieses Dach und dann kannst du einfach drüberlatschen. Aber ich wollt doch gar nicht, Riese. Achso, ja dann. Tschüss. Äh. Au. Elektro-Ohrfeuge, schau dir an, wie ich die Hand hebe. Komm her. Das ist doch. geworden. Beschadur. Ob Alles ein Mc Additionally. Nee nuestros Kommelle leers.